Guten Morgen, Miss Eggman. Guten Morgen. Also, meine Herren, ich habe meinem Chef das Ergebnis ihrer gestrigen Abstimmung mitgeteilt, aber leider besteht er auf der Einhaltung des Vertrages und das bedeutet für Sie bezahlen. Oh, ich sehe, dass mein unerbittlicher Widersacher von gestern heute nicht anwesend ist. Das verschiebt natürlich das Bild. In diesem Fall darf ich Sie wohl bitten, meine Herren, noch einmal abzustimmen. Ganz so einfach, wie Sie glauben, ist das nun wieder nicht. Ich bin dafür, dass gezahlt wird. Das wissen wir ja nun, aber das reicht nicht aus. Sir John hat ja so recht. Bezahlen Sie doch um Himmels Willen, bevor noch jemand aus dem 15. Stock fällt. Diesen kleinen Scherz von Mr. Westen brauchen wir wohl nicht, ins Protokoll aufzunehmen. Wer stimmt für bezahlen? Miss Eggman, Sie können Ihrem Chef sagen, dass die Summe vertragsgemäß überwiesen wird. Ich wusste ja, dass wir zu einer Einigung kommen. Ach, entschuldigen Sie vielmals. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Montpellier Square komme? Ich bin auch fremd hier, tut mir sehr leid. Ein drolliger Knabe ist das. Macht sich den weiten Weg. Warum? Tja, warum wohl? Das müssen wir rauskriegen. Und wir werden es auch rauskriegen. Stimmt's, mein Mausepeter? Immer diese albernen Spielereien von dir. Richtig kindisch. Können Sie nicht aufpassen, die... Entschuldigen Sie bitte. Tut mir furchtbar leid. Nein, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Aber gar nicht. Es war doch meine Schuld. Sehr freundlich. Vielen Dank. Ist das Ihres oder meins? Das ist meins. Ach, was rede ich denn? Ist es ja gar nicht. Wissen Sie was? Ich habe eine großartige Idee. Hier steht mein Wagen. Das Einfachste ist, wir werfen alles hinten rein und fahren irgendwo hin, wo wir alles schön auseinandersortieren. Das ist wirklich eine gute Idee. Mein Schätzchen, ich bin es. Du darfst mir jetzt nicht einschlafen, mein Schatz. Es gibt noch so viel, was wir besprechen müssen und was wir tun müssen. Oh, tut es denn so? Du weißt doch, ich habe dich gern. Und ich würde viel lieber nett zu dir sein, mein Kleiner. Aber Eggman kann jeden Moment wieder da sein. Und wenn du dann immer noch nicht gesprochen hast, wird sie wüten und das ist krasslich. Du musst jetzt ein lieber, braver Junge sein. Du wirst mir jetzt alles über deinen Onkel und Carloggio erzählen. Das ist sehr unordentlich gemacht, Penelope. Das ist richtig schlampig, das geht so nicht. Hat er gesprochen? Nein, er will mir einfach nichts sagen. Natürlich will er nicht. Zieh dich an, wir müssen weg. Ich habe gerade angefangen, ein bisschen warm mit ihm zu werden. Wie schade. Du sollst dich anziehen, habe ich gesagt. Außerdem liebe ich es nicht, wenn du mein Negligé trägst. Oh, entschuldige. Ich wusste ja nicht, dass du was dagegen hast. Ich habe was dagegen. Was machen Sie denn, Damen und Herren? Schon gut. Trügel, nicht wieder so lange rum. Wir haben nämlich noch was Wichtiges zu erledigen, bevor wir abfliegen. Und das ist auch meins. Das weißt du doch. Hast du eine Laune heute? Penelope, ich warne dich. Dein Hang zur Eigentumsveränderung wird dich noch in die allergrößten Schwierigkeiten bringen. Bis zum nächsten Mal.